Applaus Erstmal darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen hier in unserem Team-Hotel. Ich hoffe, Sie hatten schöne Tage hier in London. Ich glaube, wir waren heute Zeuge eines denkwürdigen Tages. Heute Abend hat unsere Mannschaft, glaube ich, etwas Geschichte geschrieben, würde ich sagen. Applaus Ich möchte dem Trainerteam an der Spitze mit Nico und auch der gesamten Mannschaft, dem gesamten Team, einen herzlichen Glückwunsch sagen, weil das war ja unglaublich, was wir heute Abend erlebt haben. Am Anfang liegen wir 1-0, wie es so schön heißt im Englischen, down. Und dann haben wir ein unglaubliches Spiel hingelegt und gewinnen 7-2 gegen eine Mannschaft, die letzter im Finale der Champions League gestanden hat. Und ich meine, wir haben ja oft diese Vergleiche zwischen Bundesliga und Premier League. Und ich glaube, heute haben wir, zumindest wir von Bayern München, nachhaltig bewiesen, dass wir durchaus auch in der Lage sind, eine Premier League-Mannschaft der Top-Klasse zu besiegen. Und dazu möchte ich euch einen herzlichen Glückwunsch schon bemitteln. Applaus Wir hatten aber heute vor dem Spiel noch ein tolles Spiel, muss ich sagen. Und Uli Hoeneß war ja schon bei dem Spiel der U19 heute Nachmittag. Die hat auch 4-1 gewonnen gegen Tottenham. Die jungen Burschen haben damit die Tabellenführung übernommen und ich möchte der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam an der Spitze mit Martin Demichelis, unserem ehemaligen Spieler, und Dennis Schwarz und allen die herzlichsten Glückwünsche ermitteln. Ihr habt das toll gemacht. Das war ein Ausrufezeichen, was ihr heute Abend gesetzt habt oder heute Nachmittag gesetzt habt. Applaus Und Uli war ja mit Herbert Heiner heute Nachmittag Gast bei dem Spiel. Der hat gesagt, es wäre ein unglaublich tolles Spiel gewesen, das die U19 da abgeliefert hat. Und er hat als, würde ich sagen, wirklich tolle Geste die Burschen heute Abend eingeladen. Ich glaube, wir haben alle Verständnis dafür, dass die heute Abend etwas länger hier bei uns bleiben, auch ein Bier mit uns trinken. Genießt den Abend, weil das ist etwas Außergewöhnliches. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen zum Schluss einen schönen Abend. Lassen Sie uns den Abend gemeinsam genießen. Das hat man nicht so oft, dass man 7-2 in der Champions League gewinnt und dann noch gegen eine englische Mannschaft in deren tollen Stadion. Das war schon, glaube ich, ein Erlebnis, das wir heute alle hier, in dem wir alle teilnehmen durften. Tolles Stadion, tolles Spiel. Ein toller Tag, ein historischer Tag für Bayern München. Alles Gute. Genießen Sie Ihren Abend und ich darf damit das Buffet eröffnen und Ihnen einen guten Appetit wünschen. Vielen Dank.